Die Top 3 Merkmale des Volvo V90 Cross Country. Hier hat sich ein bisschen Marvel mit eingeschlichen und zwar werden diese Scheinwerfer Thors Hammer genannt. Und hier ist das Display im schicken Hochformat. Dieser Walhebel sieht nicht nur super cool aus, er ist sogar im Dunkeln beleuchtet und besteht aus Kristallglas.